Hammer, oder? Das Grindelwald hat sogar UBS. Gute Hauptsitz ist das Zöl. Wow, 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 wir sind den ganzen Tag unterwegs und die zwei Grindelwalder haben das, was wir nie haben. Ich verstehe den Gang noch nicht. Ich auch nicht. Jetzt haben wir dir den ganzen Tag gezeigt, wie man sich als Einheimischer in Grindelwald zu benennen hat. Und jetzt kommt noch die Meisterbriefung. Richtig bestellen auf Grindelwald-Teatsch in Finta-Birod-Watch. Das kommt nicht gut. Ich habe gerne ein Tagessippchen zum Vorspeis. Danach nehme ich gerne das Cordon Bleu mit Pommes frites. Und um hinein kann eine Stange. Ich bestelle auch gleich das Dessert. Dann nehme ich dir ein Merenka und ein Café wie Batsi. Ach, der Mutant drin. Hast du ja auch Häsiger. Oh, das war ein grossartiger Tag. Ich fühle mich schon fast als Grindelwaldner. Wenn du nachher genug bist, können wir noch in Kalibar und das Tanzbein schwingen zur Nachtprüfung. Ui, das ist so vorsichtig. Ich bin doch nicht umvorsichtig. Nein, umvorsichtig heisst gut. Aha. Ui, das ist so vorsichtig. Machst das Mal bis Berner oberlang, wie's schöne Grindelwald. So fährst du mit dem Sesseli bis, so fährst du über Land, über Felsen, über Wald. Rings um die Höhe Berge, all mit Gletscher und mit Schnee. Und so etwas kannst du im Leben nur vom Sesseli bis ins Gesicht. Bis zum nächsten Mal,